hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von uns nämlich wir haben drei customs gebaut und nämlich das sind apecrime und das sind ja die youtuber die wahrscheinlich alle kennt und wir dachten es mal wir hatten mal bock so youtuber mal probieren so als lego nachzubauen so generell und dann haben wir überlegt was kann man machen dann sind wir auf apecrime gekommen genau und vielleicht können wir auch mal ein paar andere youtuber probieren nachzubauen wenn ihr irgendwelche idee haben schreibt es einfach mal in die kommentare also ja und genau wir haben mal als idee so dass wir mal sozusagen dazu ein mob bauen und zwar dass jemand wirklich das wohlzimmer von den apes als über das dohrdrehen und so zu sagen nachbauen dass dann die apes sozusagen drin sind ja vielleicht vom kars let's draw also genau zum beispiel und Taddle dabei sind genau Taddle genau also das wäre glaube ich ganz cool das kann man auch gut machen ja gut okay dann hoffen wir mal das hat euch gefallen und bis zum nächsten mal